Eine Frau aus Städtelndorf hat gestohlen, ja, Millionen, 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 ja, hat sie gekriegt, auch wirklich, ja. Sie wohnt gleich neben Friedhof, ja, in Städtel, Städtelndorf, och jo, och jo, och jo. Sie hat so viel Geld, ja, ja, kann sie nicht auf der Bank tragen, ja, das ist ja gestohlen, ja, jetzt hat sie zu Hause, ja. So viele Millionen, ja, ohne sie ist auch da, da, ja, 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 und der Alte ist gestorben, ja, hat so viel gefressen, ja, 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 der Alte ist gestorben, ja, hat so viel gefressen, fressen, ja, ja. Und die Alte, ja, kann sie nicht schlafen, ja, denn sie die Millionen, ja, drücken ihr, wie das war, denn sie schlaft, ja, ja, hat so viel Angst, ja, ja, von den vielen Millionen, ja, 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 ja. Die Millionen sind noch da, willst du Millionen haben, ja, dann bezog sie, ja, vielleicht kriegst du auch etwas davon ab, sogar.